Moin! Ja, ich melde mich zurück aus den Alpen. Mal wieder Zeit für ein kleines Winterberg-Video. Und zwar haben wir uns heute einen ganz specialigen Berg ausgesucht, nämlich den Schafreuter im Karwendel. Wir sind hier im Hinterriss am Silvenstein-Speichersee. Und das ist eine ordentlich knackige Skitour, also zumindest als mittelschwere Skitour gemeldet. 1200 Höhenmeter Aufstieg. Wir gehen das mit Schneeschuhen hoch und schauen mal, ob wir es schaffen bis zum Gipfel. Aber es ist ein schöner Aussichtswerk und ein ordentlicher Brocken, also viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt hier unmittelbar am Steilhang vom Schafreuter. 500 Höhenmeter bis jetzt sind wir eigentlich fast nur über den Forstweg gegangen. Teilweise Schnee, teilweise kein Schnee. Es ist halt doch schon recht warm geworden. Deswegen mal in der Früh noch vereist und dann schon jetzt ist der Schnee schon total matschig. Ja, aber hier fahren wir Ski. Also ist es immer noch gut, wenn man nur hoch genug geht. Also hier ist mega 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 steil gerade. Aber mit Schneeschuhen einfach die beste Option. Und dann geht's. 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 Und dann spät estrech. Und dann geht's. Undώς hingestiert. Musik 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 Musik